Okay, okay, es geht los. Puh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist noch jemand aufgeregt? Achso, ja klar, ihr könnt mich hören, aber nicht andersrum. Ja, darüber sollten wir vielleicht kurz reden. Vorher solltet ihr euch aber beruhigen. Und am besten euren Freunden noch erzählen, was hier passiert. Wollt ihr einfach dazu, also alle, die ihr kennt. Ich spiele kurz etwas Musik und dann bekommt ihr die Antworten auf die Fragen, die ihr wahrscheinlich gerade habt. Oh Mann, ich muss unbedingt einen Weg finden, richtige Musik, also Musik, Musik zu übertragen. Das ist nicht so, ich bin nicht so begabt mit Musik. Egal, alle bereit? Alles klar. Was ihr hier gerade hört, dieses leichte Summen, diese liebliche Stimme, dieses Kitzeln im Nacken, das bin ich. Barnebus Stowasser, Berichterstatter und Magier. Der letzte Teil gibt euch vermutlich schon einen Hinweis, warum ihr meine Stimme in eurem Kopf hört. Ich kann zaubern und ich hab da was gezaubert. Ich bin mir sicher, jemand hat gerade schwarze Magie ausgerufen. Das stimmt so nicht, ist aber auch nicht völlig falsch. Ja, etwas kompliziert. Um das zu erklären, muss ich kurz etwas weiter ausholen. Ich bin nämlich nicht nur Berichterstatter und Magier, sondern auch ein Abenteurer voller Leidenschaft. Nicht wie meine Mutter immer sagte, ein Abenteurer der Leidenschaft. Auch egal, furchtbares Wortspiel, hab ich schon immer gehasst. Nein, ich schweife ab. Ich hab vor einer Weile ein sehr, sehr altes Zauberbuch gefunden. Wo, das kann ich nicht verraten. Aber ich kann euch sagen, da sind ein paar Zauber drin. Da schlackern dem König von Gelderreich die Ohren. Und ja, ich gebe zu, einige der Zauber sind definitiv schwarze Magie. Und dann, ja, dann gibt's dann noch den Zauber zur Übertragung meiner Stimme. Man kann sich das Ziel nicht aussuchen. Die Reichweite ist dafür extrem. Und ja, das klingt erstmal total sinnlos. Und ich dachte auch, dass es sinnlos wäre. Aber letzte Nacht hat's endlich Klick gemacht. Ich kann euch die neuesten Nachrichten des Reiches erzählen. Ich weiß, oder besser ich ahne, was ihr jetzt denkt. Aber lasst euch den Gedanken für einige Sekunden durch eure Schädel wandern. Ich kann euch alles erzählen, was passiert. Oder gerade passiert ist. Blitzschnell. Ihr müsst nicht auf den nächsten Händler warten, der durch euer Dorf zieht oder auf irgendeinen Boten. Ihr wüsstet sofort, wann ein Aufstand stattfindet. Wann euer Maggraf Soldaten zwangsrekrutiert. Wann der Prinz endlich aufgibt und jemanden heiratet. Also quasi alles, was wirklich relevant ist. Ich weiß, das klingt im Moment noch alles etwas fremd und abstrakt. Aber glaubt mir, ihr werdet das begrüßen. Vielleicht nicht heute. Vielleicht nicht morgen. Aber ich verspreche euch, bei mir hört ihr die Wahrheit. Und nicht nur einmal. Nein, wir machen das ab jetzt regelmäßig. Also haltet eure leidenden Hemden fest, packt das Schwein bei den Hauern und hört gut zu. Guten Tag, durchlauchte Hörer und gemeines Volk. Das sind Sturwassers magische Nachrichten. Mieser Räuber. In Frankfurt hält die Dorfbewohner einen Fuchs auf Trab. Bauer Jorso berichtet bereits von vier verschwundenen Hühnern. Bürgermeisterin Jennifer hat einen Jäger beauftragt, sich des Tieres anzunehmen. Die verrückte Alte im Dorf behauptet, der Teufel habe die Hühner geholt. Sie ist mit der Meinung aber allein. Es konnten keine Anzeichen für die Anwesenheit des Teufels gefunden werden, berichtet der örtliche Kleriker. Es wird erwartet, dass der Jäger in den nächsten drei Tagen eintrifft. Ich dachte zwar, ich kann für die erste Sendung mit einem größeren Knaller starten, aber bei Nachrichten ist das so, man muss nehmen, was man kriegen kann. Verödet. In Rübensaal fließt zunehmend weniger Wasser durch den Ort. Dafür hat sich knapp zwei Meilen vor dem Ort ein neuer Flusslauf gebildet und das komplette Karottenfeld überschwemmt. Der Schaden kann aktuell noch nicht in Gold aufgewogen werden, es wird aber davon ausgegangen, dass die Ernte nicht zu retten ist, wenn nicht in den nächsten Tagen was passiert. Einige junge Männer haben begonnen, einen Graben anzulegen, um das Wasser abzuleiten. Als Ursache für die Änderung des Flusslaufs werden im Moment Biber oder Flusstrolle vermutet. Noch hat sich aber niemand gefunden, der oder die mutig genug wäre, den Flusslauf hinauf in den Finsterwald zu folgen. Aktuelles vom Kardinal. Kardinal Miso trug heute eine rote Kappe mit einer blauen Faunenfeder. Bischof Rubrik äußerte sich geheimen Quellen zufolge sehr vulgär über diese Farbkombination. Das Wetter. Im Moment ist es sehr sonnig, gestern Abend hat es geregnet. Die Vögel fliegen hoch, also erwarte ich für heute keinen weiteren Regen. Neues von der Front. Im Krieg zwischen Gelderreich und der Hansestadt Ollenhafen zeichnet sich bislang kein Fortschritt ab. Nachdem wir in den vergangenen zwei Wochen einen Waffenstillstand erlebt haben, sollen jetzt wieder neue Soldaten aufs Meer geschickt werden. Ich hoffe ja, dass mir das erspart bleibt. Ich kann weder mit Möwen noch mit Wellen irgendwas anfangen. Naja, für alle, die es vielleicht vergessen haben, in dem Schlamassel stecken wir, weil weder König Loncio noch Ratsherr Polischuk für das vor zwei Monaten versenkte Salzschiff verantwortlich sein wollen. Sie schieben sich gegenseitig die Schuld zu und verweigern eine Schadensersatzzahlung. Es ist zurzeit unklar, wann und wer für diesen ganzen Kriegsdienst eingezogen werden soll. Und das war's auch schon. Vielen Dank. Ich wünsche einen guten Tag. Die folgenden Worte, nicht erschrecken, muss ich als Teil des Zaubers rezitieren. Also wundert euch nicht, das wird absonderlich klingen und ihr könnt wahrscheinlich nichts damit anfangen, aber naja. Danke an die Unterstützer der edlen Sache, Isoboy und Nico. Wenn auch ihr ein Opfer bringen wollt, könnt ihr das gerne tun. Besucht patreon.com slash triple20 oder ko-fi.com slash triple20 und folgt den Anweisungen. Außerdem findet ihr auf triple20.net Links zu unserem Discord, unserem Bekleidungsladen und weiteren tollen Sachen. Lasst euch nicht aufhalten, mein Wort zu verbreiten und neue Anhänger für die Wahrheit zu suchen. Herz teilt und unterschreibt.